boom what it do youtube okay wir sind wieder back und zwar ein neues video ein part 2 zu eurem wecker in part 3 machen wir jetzt 4500 likes okay 4500 likes die ihr ganz easy schaffen könnt wenn ihr einfach leicht das heißt eben klickt dieses video an das erste was sie macht einfach liken kostenlos like da lasst kostenlos abo da lasst und fertig mehr ist das nicht okay so dann ohne viel bla bla gehen wir jetzt rein hört bis zum ende okay oder was das für ein kack wecker der bruder hat einfach eine blendgranate hat er hat er milli rock oder kack gesagt nein 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 warte mal hat er milli rock oder kack gesagt okay 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 also ich will niemals aufstehen aber okay kann machen kann man machen kann man machen kann man machen kann man machen Was ist das so? Ja, Veka. Ja, Veka, Bura. Oh, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Mitten drin einfach. Assalamu alaikum, Leute. Kommt in my life, she's got a salat. And return. Ich habe viele Fragen. Ich habe sehr viele Fragen, Chat. Bruder, warum stellt er ein Ding auf 30 Sekunden? Ich mach nochmal extra laut. Hä? Bruder, Bruder, für diesen Veka müsste ich den eigentlich einfach rausbannen. Was ist das denn? Sein Veka füllt sich auf, okay. Okay. Das startet nochmal neu. Oh mein Gott, ey. Lass Musik laufen, lass Musik laufen. Lass Musik laufen. Mach nochmal. Was ist das? Ich füre alles nicht an. Doch, du hörst ihn nicht. Ja, ich füre das nicht. Machen, machen. Ja, es ist an. Es ist an. Ja, ich füre es nicht an. Doch, es ist an. Ich habe es nur leise. Mach jetzt. Mach jetzt dein Move. Ja, ich schwör das an. Ja, ich schwör das an ist. Ich kenne keinen, der so unnötig ist, wie der, wirklich, also, ich, also, Chat, manchmal denke ich, yo, manchmal denke ich wirklich, der Bruder, na, ähm, gut. Okay, mal gucken, wie dieser Wecker ist, okay, okay, ich habe mir schon gedacht, was ist das für ein Schrott, aber okay, kann man, kann man machen, kann man machen, muss nicht sein, kann man machen. Sein Wecker ist einfach nicht. Oh mein Goooooooood. Was ist das gewesen? Sein Wecker war einfach ein ganzer Edit. Was? Der Bruder hat einfach diese Wecker von Cartoons. Der hat sogar diese Bell-Leute-Dingda. Oh, hell no! Bruder, wenn's, ich vergiss sowas. Nah, bruh, what? Sowas wird immer noch verkauft? Der Bruder denkt, das war der Perch, wirklich. Bruder, das ist ein Wecker, zu dem ich nicht ausstehen will, weil, wenn du zu so einem Wecker ausstehst, dann kannst, dann, Bruder, du kannst nur schlecht gelaunt sein, du kannst nur schlecht jeden Tag schlafen. Ehrlich. Kannst du nur. Anders geht's nicht. Okay, nächstes Ding. Pro Gamer wieder, Doppel-Sinchen, Pro Gamer, Leute. Okay, nächstes Wecker. I love man? I love big man. How many dicks in my butt? At least ten. Was? Was? Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Was ist das denn? Hä? Warum nimmt er ein anderes Handy und filmt damit sein? Bruder, mach doch einfach eine Screenrecording. Bruder. Bro legt noch ein 1908, weiß jetzt ich was, dass er nicht weiß, dass er noch ein Screenrecording kann. Bruder, das ist nicht dein Wecker! Das sind auch keine Sekunden. Bruder. Ey, was stimmt mit euch nicht, Mann? Was? Wieder zwei? Oh mein Gott. Bruder, was stimmt nicht mit euch? Ich dritte. Ja, okay, ist das okay? Geh weiter! Oh mein Gott. Bro! Ey, ich schlag gleich mal... Das besser ist es. Sie kriegen nicht mal ein Ton! Erst nicht mal auf 0 und Ey, gib mir diese verdammten 3,5 Sekunden meines Lebens zurück Gib sie mir wieder 3, 2, 1 Bruder, stellt euch mal vor Ihr seid 6 Uhr am Schlafen Ihr habt eure Kinder Und ihr hört einfach von eurem ältesten Sohn 5 Uhr morgens So ein Wecker klingt, Bruder Wecker können doch eure Familienmitglieder auch hören Also kann es doch niemals euer Wecker sein An meine Mods alle die Scheiße in den Channel reinschicken Einfach straighter Durchbann Einfach Bann Keine Verwarnung, gar nichts, Bann Genau so Einfach Bann, fertig Na, Bros Wecker ist nicht der Backofen, Bruder Das kannst du mir nicht erzählen Leroy W Hä, wie schreckig Kein Sound Kein Sound Kein Sound Also, sein Wecker ist ein verdammter Backofen Obwohl das Klingeltöne ist eine hau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-la. Aber bevor ich gecancelt werde, weil ich einen Ohio-Witz gemacht habe, wählt euch aus. Keine Ahnung, Frankfurt Hauptbahnhof. Der Bruder hat mich einmal... Oh mein Gott, er hat einfach meine... Oh mein Gott, brach. Er hat einfach mich als Ding. Er hat einfach mich als Wecker, wow. Und danach Abipop und Bartos? Keine Ahnung. Ist das dick gut? Ja, es geht. Wie gut ist das dick? Wie gut ist das dick? Ja, brach. Okay, bin ich mal gespannt. Na, brach, what? Nimm eins, Leroy, please. Okay, ich habe deines genommen. Ja, seht ihr? 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 Jetzt werdet ihr frech! Jetzt werdet ihr frech! Jetzt werdet ihr frech! weiter geht es ihr weißen Hundesöhne guckt doch mal hier ich bin schwarz und ihr nicht du jinger guckt nicht so du dreckige nigger was bleibst du was für nigger ich fick euch dein Leben steh auf jetzt du dummer Huhnsohn sonst schicke ich deinen schwarzen Arsch zurück nach Afrika du Hulen wie bitte was na dieser Wecker war das war das war genau an mich gerichtet wer auch immer das reingeschickt hat ich kriege dich warte ab warte ab bruder warte ab oh 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 Oh, Herr Klosten, oh! Oh, ja, was? Oh, ja, was? Nein, ich spiss mich noch einmal. Okay, weiter gehts. Jetzt haben wir uns gerade angehört. Okay, jetzt können wir auch. Bruder, deine Mikrowelle ist nur niemals ein Decker! Ich bitte dich! Ey, ich fass es nicht, ich fass es nicht. Wie kann ein Mikro... Er hat Wasser in die Mikrowelle rein! Ey, ich pack es nicht mehr mit euch. Mit deinen Kindern war meins. Cooles Gesicht. Heben eine Hand. Chat, ich verstehe euch nicht, Chat. Er hat Wasser... Bruder, egal. Ähm... Ja... Da bist du in den Chat, da bist du in den Chat an die Donau, Leute. Da bist du in den Chat. Ja... Richtig leise, keine Ahnung. Hört mal nicht. AHHHHH! 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 Ey! Wie geht's, ey? Chat! Was soll ich machen?! Ey, 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 ich bin taub, Digga! Chat, was soll ich machen?! Das läuft immer noch, ne? Das läuft immer noch! Oh, das läuft nicht mehr! Ey, ich dachte... Ey, hätte ich deswegen einen Stream neu starten müssen, ne? Ich war auf alles Chatting gejagt. Auf alles Chatting gejagt, ne? Auf alles Chatting gejagt! Bruder, ja! Bruder, das ist nicht dein... Ey, nein, 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 ich muss... Bruder, der wird sofort gebannt, Digga! Was ist das denn?! Drei, zwei, eins... Ja! Okay, das waren die Wecker von meinen Viewer. Ähm... Wir mussten das Video abbrechen, weil... Jemand mich einfach baiten wollte, ne? Also, er hat einfach einen Jono reingeschickt und es als Wecker getan. Yo! Ähm... Wir sehen uns im nächsten Video. Gra...